Sondertraining, jede Woche. Musik Die von uns ausgewählten Übungen bedürfen keiner großen Erklärung. Wichtig ist nur bei allem Ehrgeiz, auch eine gewisse Lockerheit zu bewahren. Immer versuchen locker zu stehen, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Wichtig ist nur bei allem Ehrgeiz. Wichtig ist nur bei allem Ehrgeiz. Für den Zuspieler gilt, er hat dann optimal geschossen oder geworfen, wenn der Torwart den Ball gerade noch abwehren bzw. sichern kann. Musik Musik Toilet Musik Genießen wir diese Trainingseinheit, kommentieren brauchen wir hierzu nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zu dieser Übung, die wir schon vorhin in anderer Ausführung sahen, vielleicht doch eine Anmerkung. Der Torwart bewegt sich nicht rückwärts zum Ball, sondern dreht sich blitzschnell und startet dem Ball so weit wie möglich hinterher, um den Ball dann im letzten Moment über die Latte zu fausten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh yeah, people are moving, moving to the zone